Wo er recht hat, hat er recht, der Matthias Platzeck. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Russische Medien informieren, dass der Leiter des deutsch-russischen Forums Matthias Platzeck der Ansicht ist, dass Russland die ewigen Vorwürfe des Westens satt hat. Ständig wird mit erhobenem Zeigefinger gedroht und den Russen mitgeteilt, dass nur der Westen weiß, wie man richtig zu leben habe. Auch glaubt Matthias Platzeck, dass Russland von der Anwendung der Doppelstandards und der destruktiven Kritik bei der Bewertung politischer und gesellschaftlicher Vorgänge durch den Westen einfach die Schnauze voll hat. Ganz so hat es Matthias Platzeck natürlich nicht gesagt. Das habe ich frei aus dem Russischen übersetzt, damit es für alle verständlich ist. Platzeck vergaß nicht zu erwähnen, dass er ein Fan westlicher Werte ist und diese verteidigen werde. Somit wäre es, der Logik halber, an der Reihe, dass Lavrov erklärt, dass er der Fan russischer Werte ist und diese verteidigen werde. Matthias Platzeck hatte bereits früher die Sanktionen gegen Russland als nicht effektiv kritisiert und damit nur die Vielzahl von anderen Expertenmeinungen unterstützt, die sich alle auf die russische Realität beziehen. Denn dem Land geht es mit jedem Jahr besser, seit die gegenseitige Sanktionspolitik eingeführt wurde. Platzeck kommentierte, dass man mit Russland nur auf Augenhöhe und mittels Dialog Antworten auf Fragen der Gegenwart finden kann. Er forderte die europäischen Länder auf, mal auf die Weltkarte zu schauen. Man werde feststellen, dass es sich bei Russland nicht um ein kleines Land handele, sondern um eine gewaltige atomare Supermacht. Tja, wo er recht hat, da hat er recht, der Matthias Platzeck. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und пока aus Kaliningrad. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Helfen Sie mir, den neuen Reservekanal Domizil Kaliningrad zu entwickeln. Registrieren Sie sich und schauen Sie möglichst häufig und möglichst lange die dort angebotenen Videos an. Ich brauche mindestens 1000 Abonnenten und 4000 abgerufene Videostunden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Tschüss und пока aus Kaliningrad. Bis zum nächsten Mal.